Vielen Dank für's Zuschauen. Und zwar 1897, da hat er Einker gehalten in Innsbruck beim Freiherrn von Kettenburg. Der hat nämlich da studiert und war ganz überrascht, als er eines Tages in seine Bude gekommen ist und der berühmte Karl May vor ihm stand. Vom Freiherrn von Kettenburg, da gibt's sogar noch Bilder, die man sich ansehen kann. Weitergegangen ist die Reise dann an den Aachensee und da residierte der Karl May mit seiner Frau Emma und deren Freundin, muss man sich vorstellen, im Hotel Scholastica. Das Hotel Scholastica, das war damals ein Grand Hotel, eines der besten Häuser in ganz Tirol. Und natürlich hat sich damals auch die Hot Volet von Europa hier am Aachensee im Scholastica getroffen. Interessant ist, dass damals schon ein bisschen kriselt hat zwischen der Emma und dem Karl. Und er hat angebandelt gehabt mit ihrer Freundin, die mit ihnen auf Reisen war. Es hat auch nicht lange gedauert. Dann haben sich die beiden scheiden lassen und er hat seine zweite Frau geheiratet. Also zwischen den Freundinnen wird es dann nicht mehr so gewesen sein wie davor. Und vom Scholastica, da sind sie immer über den See hinüber zum Kreuzhof. Dort hat eine Grafenfamilie aus Wien residiert, die Jankovic's. Und die haben den Karl May immer eingeladen auf ihren Kreuzhof. Er hat dann später noch geschwärmt davon, von diesen Abenden und Nächten, die sie verbracht haben. Und auch seine Emma, die Frau, hat damals noch darüber geschrieben. Einige Zeit später, da ist der Karl May dann noch einmal an den Aachensee gekommen. Diesmal aber nicht mehr mit seiner Emma, sondern mit der neuen Flamme, der Klara. Die Erinnerung an den Kreuzhof, die hat der Karl May sogar in das dortige Gästebuch geschrieben. Und zwar ein langes Gedicht. Am Aachensee, am Aachensee, da steht ein wundersames Haus. So oft hinein, hinein ich gehe, seh ich mich nimmer mehr hinaus. Am Aachensee, am Aachensee, da steht ein wundersames Haus. Es tut so weh, es tut so weh, dass ich doch wieder muss hinaus. Es wohnen Herzen da so lieb, so edel, ohne falsch, so gut. So oft ich blieb, solange ich blieb, stets ständig da in Gottes Hut. Und schrieb ich tausend Zeilen hier und wären sie auch noch so schön. Sie klängen aus der Seele mir, doch nur auf baldiges Wiedersehen. Du lieber, lieber Kreuzhof hast, es mir für immer angedan. Ich wünsche fast, ich wünsche fast, wär ich für dich doch der Kaplan. Da früge ich alle Herzen aus und geben sie mir Antwort dann, dass immer offen mir dies Haus, ich wär ein glücklich froher Mann. Hat der Karl May am 29. Juni 1897 ins Gästebuch vom Kreuzhof geschrieben. Natürlich hat sich der Karl May auch mit anderen Leuten noch getroffen. Und der andere mit dem Abt Wildauer. Denn der Aachensee hat damals noch dem Benediktinerstift St. Georgenberg fürcht gehört. Und der Wildauer war sogar Kapitän seiner Dampfschiffe da am Aachensee. Wenn man den Aachensee so glitzern sieht, dann kann man sich denken, dass der Karl May vielleicht den Aachensee beim Schatz im Silversee sogar verewigt hat. Und ja, das werden wir nicht mehr erfahren. Aber vielleicht, wenn du mal an den Aachensee kommst, dann erinnert euch an Karl May, den Winnetou und viele andere Geschichten von ihm. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Allerhand aus dem Tiroler Land.